moin leute und herzlich willkommen zu einer weiteren runde apex legends und ich darf mir nicht mehr waffen aussuchen und ja wir sind zurück in der arena ja wir sind zurück in arena danke dass mir eine wache suchen durfte ich verstehe das nicht was das immer so ist das nur das passiert das nur hier ihr seht mein team ist im modus die hamburg wo rennen wir lang ich bin verwirrt panik dieser karte gibt es so viele möglichkeiten kann ich die mit einem knöchel cluster vielleicht etwas ich hatte das gegen die rasch zu kämpfen macht das nicht sind so viele mirage sie unterwegs wie lange kann der lange halten das an die schießen auf mich ich habe einen ausgeschaltet hä wo ist denn am block lass mich jetzt nicht im stich das war ich gut der mirage von der herz das ist echt raus hüpft er da durch die gegend wie so ein junges reek jetzt hast du es noch nicht gesehen ok jetzt haben wir uns alle wieder lieb ich muss daran denken dass ich nur zwei mal knöchel cluster habe das ist nicht gerade die passendste optik dafür ich sehe hier einen gegner das hat er das schon wieder gemacht hat er hier noch steht ich hatte gehofft dass er aufgabe es wäre leichte beute gewesen ja hör auf damit Lade nach dem bon Oh Schön Ja läuft für den Anfang nicht verkehrt oder? Knöchel Cluster Wir brauchen Knöchel Cluster Zünden wir die letzte Stufe Ja Habe ich schon einen Move? Ja ja, Spaß in der Arena, ne? Ja Es ist gar nicht mal verkehrt so ein Crypto im Team zu haben Ich wollte ihn die ganze Zeit mal Kryptik nennen Wo seid ihr? Ich möchte euch gerne Elektro gewähren Da hin Halt! Nicht aber einfach rausrennen, das wäre dumm Genau, bleibt da stehen Jetzt kommt mein Knöchel Cluster Ich werde verschossen Mach mal mehr Granaten Hä 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 Mann, ihr Rarschlitter macht mich fertig Hier ist dein Gegner Jetzt kommt mein Knöchel Cluster Hier ist dein Gegner Ja ist gut, du brauchst es nicht übertreiben Lade meine Schilder auf Nach dem 20. Mal hat ich es mitbekommen Nach dem 20. Mal hat ich es mitbekommen Mach den Hummer schnell hoch Lade nach Da kommt jemand Was sind die denn? Stand da gerade 3000 Schaden? Kann doch geil sein Geht das? Ah na also Ah na also Sehr freundlich sowas auch mal von dir zu hören Das ist eine andere Geschichte Ja, ich denke für die erste ohne war es okay, ne? Alles klar Sehen wir uns in der nächsten Runde Bis gleich Runde 2 Ding 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 Habt ihr verstanden? Mein Stuhl meldet sich auch Ja Okay, wie ihr seht, die beide sind gut drauf Können es kaum abwarten Weiß nicht was die da machen Könnte auch nur ein moderner Tanz sein Und eins Erringt um jedenfalls den Sieg Ja Wir werden es versuchen Schauen wir mal Schauen wir mal Hallo, da schießt doch einer Okay, da hinten läuft einer lang Einer dieser Clowns Schauen wir mal Schauen wir mal Schauen wir mal Hoppala Jetzt hätte mich fast selber weggesprengt Okay, und Numero Uno Ach, jetzt kommt dieser dämliche Ring schon wieder Geh weg, niemand mag dich Lade meine Schilder auf Wer frisst Granaten Hopp dich Feind am Boden Aua, aua, aua Ich bin am Boden Nee, da gehst du mir Puh, schön Sehr schön, sehr schön, sehr schön Oder um, äh Jake Peralta zu rezitieren Cool, 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 cool Ihr kennt das Komm, gib mir doch mal eins Mir gefällt, äh, mein Mein kleiner Talis machen Diese kleine Ratte Ich weiß gar nicht Ich glaub, die hat ein Messer in der Hand Oder ist das ein Kugelschreiber? Oder ein Lötköl? Mit Mikrofon? Kann doch Mikrofon sein Ich hab mir sie sogar angeschaut Wann, kann ich das so besser sein? Keine Ahnung, ich geh mal davon aus, dass das ein Messer ist Denn was sollte eine Ratte mit Mikrofon Das hättest du vielleicht mal ein bisschen früher sagen sollen Gehen wir da lang Oh, schau doch mal Da ist jemand in unserem Sicherheitsbereich marschiert Na, einer dieser Klaus Und einer hockt nach vorne Und mit Verstecken ist wohl nicht mehr Gehen wir da Hört ihr das? Da kommt ein Care-Paket angeflattert Auch cool Warte mal, das dauert zu lang Ja, das war sehr leichtsinnig von mir Puh, da kam ich ja gerade rechtzeitig Ja, ich hätte ja nicht finishen sollen Das war ziemlich dumm War auch eigentlich gar nicht meine Absicht gewesen Aber... Naja Ist ja nochmal gut gegangen Zerstörer ist zu teuer Okay Schauen wir mal Bisher läuft es ja ganz okay Hey! Wer war das? Komm her du Aufhören Was geht's los? Okay Leute, ich geh mal hier rüber Jo, ich hab hier Materialien für uns Ja Sind die denn? Ja Sind die denn? Ist auch ein cooler Name finde ich Danny Explosive Aua Den hab ich nie auf dem Schirm gehabt Komm her an Naruto Ach verdammt Ist das überhaupt dieser Naruto-Skin? Zumindest erinnert er mich an Naruto Lass mich in Ruhe Och man oh Du hast mich in Ruhe lassen Ist ja cool Ne, das ist der Skin Ist das der Skin? Ne, das ist der gar nicht Ne, What's not glaube ich so ein Skin Der Naruto Uzumaki glaube ich nachempfunden wurde Ist egal Okay, dann Ich würde sagen Alle guten Dinge sind drei Ne Sehen wir uns dann In der dritten Runde Auch vorher gucken wir uns das Das Ergebnis an 3-3-3 Damit kann ich leben Bis gleich Okay, alle guten Dinge sind drei Sachte ich Aber Das Spiel ist der Meinung Dass wir es zu zweit jetzt machen müssen Und das gegnerische Team ist ein kompletter Clan Und wenn die alle mit Headsets und sowas miteinander auch quasseln Dann Ja, wird das ziemlich tricky hier Also es ist ein richtiges Handicap Match Match, Match, Match Runde 1 Euer Ziel ist simpel Gewinnt Sagt dir die Frau die nur zuschaut Äh Mach die Tippelschritte Sehr skurril Ganz ehrlich, das sieht sehr anstrengend aus Ja Da kommt ein Care-Paket angeflogen Ja Da kommt ein Care-Paket angeflogen Da sind die Dudes Ok 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 ein hooligan haben wir da kommt gleich der nächste ok war ein glatter overkill jetzt aber ok schnell die schilder hoch hast sie? nö makellos schön 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 irgendwie mag ich die hemlock aber ich will eigentlich wie das elektrogewehr alter ich war nicht fertig hörts auf und eine granate mit mir auch noch mit und noch ein päckchen ich würde gerne hier entlang spazieren dann folge ich dir ohne Zweck ich hoffe ihr habt ihre Schwächen erkannt das muss ich leider verneinen ich habe nicht aufgepasst ja verdammt da ist ein trossel könnte interessant werden ach verdammt der letzte schuss ok davon da ich dachte der letzte schuss hätte mich erwischt so du gegen 3 naja 2 ah schade selektrogewehr war vielleicht jetzt nicht die erste mal gewesen pass auf da nehmen wir die hemlock ne warte mal äh naja gehen wir mal knöchelcluster reichen knöchelcluster reichen eigentlich und mit fuse ist das team komplett naja ist das du? ist das ein R301? jetzt ich weiß dieses dieses äh dieses Zeitlupenlaufen sieht aus also diese Schritte so ding 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 böser Junge außerhalb unseres Orbits ja zum Teufel ja wo denn ach der hängt am Baum fest kann das sein bei mickrigen hooligan entdeckt ich feiere ihre sprüche wir stehen außerhalb des rings was ist das ok einen habe ich ja ne bleib ruhig da stehen ist ok Jeder Wunder erzählt eine Geschichte, guck mal. Keiner, wo der ist. Ach, verdammt Angst. Das war knapp. Okay, das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Ich merke das schon. Jo, aufs Gemeinsam beweisen. Ja gut, dafür liefen die Ersten beim Matches einfach zu gut. Und wie gesagt, das ist ein Team, also ein Clan gegen die Welt spielen. Und wir sind eine Person weniger. Und ja, okay, wenn wir das Match jetzt hier verlieren, dann ist das eigentlich auch keine Schande. Möchte ich mal sagen. Solange wir uns gut verkaufen. Und bisher würde ich sagen, wir verkaufen uns relativ gut. Anders wäre es, wenn wir jetzt zum Beispiel auch miteinander spielen würden. Also jetzt mit Headset und so, das meine ich jetzt. Das wäre vielleicht auch wieder eine andere Situation. Okay, das wird die erst mal ein bisschen unter Druck setzen. Okay, zwei von denen sind schon mal stark angeschlagen. Einer. Ja, Braid ist das größte Problem. Weil die ist sehr agil. Ach komm, mach doch mal einen Glücksschuss, Mensch. Okay. Nein. Okay. Ja, war trotzdem cool. Hat jetzt aber auch nicht viel gefehlt. Die kann nicht mehr so viel Energie gehabt haben. Und ja, die P2020 macht auch nicht gerade den größten Schaden. Aber wie gesagt, ich denke, wir haben uns ganz gut verkauft. Und ja, Arena hin und wieder ist auch immer wieder eine Freude. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da oben da. Abonniert den Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Onde Apex Legends wieder. Dem vielleicht besten Spiel aller Zeiten. Macht es gut. Ciao.